Wir neigen in Deutschland ja immer dazu zu meckern, dass es alles zu schlecht und zu langsam ist. Aber spannend am heutigen Tag war, dass wir von vielen Experten gehört haben, dass Deutschland und vor allem Europa insgesamt gar nicht so schlecht dasteht im Bereich Künstliche Intelligenz. Das darf uns natürlich nicht dazu bringen, uns auszuruhen, sondern im Gegenteil, das muss Ansporn sein, denn wir sehen, der Rest der Welt schläft nicht. Gerade in den USA, in China wird massiv in Künstliche Intelligenz investiert und deshalb müssen wir jetzt nochmal so richtig Gas geben, um zu schauen, dass wir an die Weltspitze kommen und die guten Ideen eben auch in Produkte umsetzen. KI bietet viele Chancen, große gesellschaftliche Probleme, die wir haben, was Krankheit, was Hunger in der Welt angeht, was das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie angeht, zu lösen. Und das wird natürlich Auswirkungen auf unser Zusammenleben haben, unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und da gilt es eben auch, die Gefahren, die auch durch solche datengetriebenen Geschäftsmodelle entstehen, im Auge zu behalten, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, Souveränität zu gewährleisten und gleichzeitig aber eben auch alle Chancen bestmöglich zu nutzen. Und zwar, wenn möglich, mit europäischen Entwicklungen, damit wir eben nicht auf die Entwicklungen aus USA oder eben schlimmer noch aus China angewiesen sind. Für ganz elementar halte ich, dass wir uns alle mit dem Thema Digitalisierung, aber vor allem eben auch künstliche Intelligenz beschäftigen. Das darf nicht nur so eine politische Diskussion in Berlin sein, sondern muss auch stärker ein gesellschaftliches Thema sein. Und das hat auch ganz viel mit Bildung zu tun. Wie bekommen wir das Wissen über digitale Systeme, über KI in die Schulen, aber eben auch in die Weiterbildung? Warum kein VHS kurz zur künstlichen Intelligenz? Das wünsche ich mir für die nächsten Jahre und wir werden natürlich daran arbeiten, dass wir das politisch umsetzen. Oft weiß man ja gar nicht, dass Systeme KI haben. Manchmal wäre es ganz interessant zu wissen, dass KI dahinter steckt, aber das wird zukünftig natürlich zunehmen und da spielt natürlich das Stichwort Transparenz eine Rolle. Ich will natürlich auch wissen, wer hat denn die Entscheidungen getroffen? War es ein Mensch? War es eine Maschine? Waren es Daten, die gelernt haben und was waren die Kriterien dafür? Das sind wichtige Punkte, die wir ja jetzt auch in der Enquete-Kommission diskutieren. Und das kann man sicher auch nicht pauschal für alle Bereiche gleich regeln und entscheiden, sondern da muss man sehr stark differenzieren. Und das sind spannende Themen und die gehen wir gerne auch in der Enquete-Kommission, aber auch in solchen Veranstaltungen an. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020